Wer kennt das nicht? Man hat ein längeres Glas Kupen vor sich, möchte gerne etwas essen und das Ding geht nicht auf. So, ich habe da einen einfachen Trick für euch. Ich nehme den Schraubenzieher und da an dem Gurkenglas, wo die Pfalz ist, einfach mal kurz da rein gehen und ein bisschen drehen. Flup! Toller Trick, ne? Toller Trick, ne?